Am 18. März 1939 wurde in München ein leuchtender Star der österreichischen Unterhaltungsindustrie, Peter Siegfried Krausnecker, genannt Peter Kraus, geboren. Er ist ein berühmter Schauspieler und Sänger, der nicht nur in seiner Heimat Österreich, sondern auch in ganz Europa die Herzen des Publikums erobert hat. Doch an einem herzzerreißenden Tag Anfang 2024 begann sich sein Gesundheitszustand zu verschlechtern und Peter Kraus' Leben endete für immer durch einen Herzstillstand. Die Jugendzeit von Peter Kraus, als er seine künstlerische Laufbahn begann, war geprägt von Auftritten in zahlreichen Filmen und einer vielversprechenden Musikkarriere. Seine schauspielerischen Fähigkeiten werden hoch geschätzt und seine geschickte Gesangsstimme bringt spektakuläre Erfolge in der Unterhaltungsindustrie. In den letzten Jahren bemerkten die Fans jedoch, dass sich sein Gesundheitszustand verschlechterte, was die Künstler- und Fangemeinde beunruhigte und traurig machte. Einige Informationen aus Nachrichtenquellen und der Familie deuten darauf hin, dass Peter Kraus mit vielen gesundheitlichen Problemen, insbesondere im Hinblick auf das Herz-Kreislauf-System, zu kämpfen hatte. Der Herzstillstand nahm ihn schließlich mit und hinterließ einen Moment der Traurigkeit für die Unterhaltungsindustrie und diejenigen, die ihn liebten. Die Verschlechterung des Gesundheitszustands von Peter Kraus ist nicht nur ein großer Verlust für seine Familie und seine Angehörigen, sondern auch eine Trauer für die Unterhaltungsindustrie. Er hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck in den Herzen seiner Fans und Kollegen. Der Name Peter Kraus ist nicht nur durch seine großartigen Gemälde in der Kunst in Erinnerung geblieben, sondern auch durch seine emotionalen Momente auf der Bühne und im Aufnahmestudio. Er ist nicht nur ein talentierter Künstler, Peter Kraus ist auch für sein Mitgefühl und seine freundliche Persönlichkeit bekannt. Er hat kontinuierlich für wohltätige Zwecke gespendet und Menschen in schwierigen Situationen unterstützt. Dieser Verlust ist nicht nur ein künstlerischer Verlust, sondern auch der Verlust eines guten Menschen. Die Verschlechterung des Gesundheitszustands von Peter Kraus sollte für uns auch eine Gelegenheit sein, uns an die Bedeutung der Gesundheitsfürsorge zu erinnern und das Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu fördern. Herz- und Gesundheitsprobleme sollten beachtet und richtig beurteilt werden, um einen herzzerreißenden Verlust wie den Fall von Peter Kraus zu vermeiden. Während wir Peter Kraus zu seiner letzten Ruhestätte schicken, erinnern wir uns an seine großartigen Beiträge zu Kunst und Gesellschaft. Auch wenn er nicht mehr da ist, werden der Name und das Talent von Peter Kraus für immer in den Herzen derer, die ihn lieben, und seiner treuen Fans weiterleben. Die Karriere von Peter Kraus begann in den frühen 1950er Jahren an Bedeutung zu gewinnen, als er begann, Rollen in Filmen zu spielen. Seine schauspielerischen Fähigkeiten erregten schnell die Aufmerksamkeit des Publikums und er wurde zu einem der repräsentativen Gesichter des österreichischen Kinos. Die jugendliche, attraktive Persönlichkeit und Dynamik von Peter Kraus haben ihm ein einzigartiges Image verliehen und ihm dabei geholfen, schnell das Vertrauen vieler Fans zu gewinnen. Peter Kraus beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Schauspielerei, er ist auch ein talentierter Sänger. Das Jahr 1958 markierte einen wichtigen Wendepunkt in seiner musikalischen Karriere, als er berühmte Hits wie »When Teenager's Dream«, »Hula Baby«, »Sugar Baby« und »At 17«, August 1958, aufnahm. 1958, zweiter Platz. Diese Songs waren nicht nur in seiner Heimat Österreich-Hits, sondern markierten auch die starke Präsenz von Peter Kraus in den deutschen Charts. Auch 1959 eroberte Peter Kraus mit seiner Version des Liedes »Tiger« die Herzen des Publikums. Das Besondere, Produzent Mendelssohn kaufte die Rechte an berühmten US-Songs und wählte Peter Kraus aus, um diese mit deutschen Texten zu produzieren. Dies löste eine neue Welle in der deutschen Musikindustrie aus und verhalf dem Namen von Peter Kraus zu neuem Glanz. Im glitzernden Hollywood, wo Erfolgsgeschichten gefeiert werden und das Leben der Reichen und Berühmten oft als glamourös dargestellt wird, gibt es eine Geschichte, die in die Tiefe der Tragödie eintaucht. Dieses Video erkundet das Leben von Dolph Lundgren, einem Mann, dessen Weg vom Dunkel der Anonymität zum Ruhm nicht ohne seine Anteile an Härten und Herzensbrüchen war. Von seinen frühen Kämpfen bis zu seinem meteorhaften Aufstieg in der Filmindustrie werden wir die Herausforderungen und Traurigkeiten aufdecken, die das Leben dieses ikonischen Schauspielers geprägt haben. Dolph Lundgrens Reise zu Ruhm und Reichtum hatte recht bescheidene Anfänge. Er wurde am 3. November 1957 in Stockholm in Schweden geboren und wuchs in einer Mittelstandsfamilie auf. Schon in jungen Jahren zeigte Lundgren eine einzigartige Mischung aus Intelligenz und körperlicher Stärke. Seine akademische Brillanz war offensichtlich und brachte ihm ein Stipendium am renommierten Massachusetts Institute of Technology ein. An der MIT verfolgte Lundgren ein Studium in Chemieingenieurswesen, was nicht nur seine akademische Hingabe, sondern auch sein intellektuelles Vermögen zeigte. In dieser Zeit legte er den Kronstein für eine Zukunft, die sowohl die Welt, der Wissenschaft als auch das Reich von Hollywood umfassen würde. Unter der studierten Fassade hegte Lundgren jedoch eine leidenschaftliche Liebe zu Sport und Kampfkünsten. Diese Leidenschaft würde ihn letztendlich auf einen anderen Weg führen, der ihn weit weg von der akademischen Welt und in die blendenden Lichter von Hollywood führte. Das Gleichgewicht zwischen seinen Bildungsbemühungen und seinen aufstrebenden Ambitionen in der Welt der Kampfkünste war keine kleine Herausforderung. Lundgrens Hingabe und Disziplin ermöglichten ihm, in beiden Bereichen herausragend zu sein und die Bühne für eine bemerkenswerte Reise zu setzen, die ihn von einem vielversprechenden Gelehrten zu einer Hollywood-Sensation machen würde. Das Leben von Dolph Lundgren nahm eine außergewöhnliche Wendung, als er sich in einer Rolle wiederfand, die seine Karriere neu definieren und ihn in Hollywood zum Haushaltsnamen machen würde. Dieser entscheidende Moment kam, als er ausgewählt wurde, den bedrohlichen sowjetischen Boxer Ivan Drago im ikonischen Film Rocky IV zu spielen, der 1985 veröffentlicht wurde. Lundgrens imposante Statur und sein durchtrainierter Körper waren perfekt geeignet für die Rolle von Ivan Drago, einem gefährlichen Gegner für Sylvester Stallones Rocky Balboa. Sein Charakter wurde als ultimativer Gegner dargestellt, ein Symbol für die Spannungen des Kalten Krieges zwischen den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion. Die Rolle erforderte nicht nur körperliche Stärke, sondern auch die Fähigkeit, eine Atmosphäre der Bedrohung und der kalten Distanz zu vermitteln. Lundgrens Leistung in Rocky IV war schlichtweg atemberaubend. Seine intensive Darstellung von Drago ließ das Publikum staunen und seine Boxszene mit Stallone gehören zu den denkwürdigsten in der Filmgeschichte. Der Film selbst war ein riesiger Erfolg, wurde zu einem Kultphänomen und spielte über 300 Millionen Dollar an den Kinokasten ein. Diese Durchbruchrolle katapultierte Dolph Lundgren ins Rampenlicht und machte ihn über Nacht zur Sensation in Hollywood. Er wurde ein gefragter Schauspieler im Action-Genre, eine Position, die er in den kommenden Jahren beibehalten würde. Doch wie bei vielen Geschichten von Ruhm und Reichtum kam der Erfolg nicht ohne Preis. Lundgrens neu gefundener Ruhm brachte die unerbittliche Aufmerksamkeit der Medien und den Druck, ein Hollywood-Icon zu sein, mit sich. Hinter den Kulissen kämpfte er mit persönlichen Dämonen, die sein Leben in den kommenden Jahren überschatten würden. Während Lundgren im Jubel der Fans und der Aufmerksamkeit der Medien badete, fand er sich in den tückischen Gewässern der hohen Erwartungen in Hollywoods wieder. Der plötzliche Ruhm und Reichtum, der mit Rocky IV einherging, setzte ihn enormen Druck aus, Aber sie sind wahnsinnig hoch. Also da der mich, die wir uns